Schauen Sie QS24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wenn wir mal eine Sendung machen über virale Infektionen, höre ich immer wieder von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Herr Glock, hören Sie doch mal auf, solche Sendungen zu machen. Es ist längst bekannt, Viren gibt es nicht. Diese kochischen Postulate sind allesamt nicht erfüllt. Punkt. Es gibt keine Viren. Nun, darüber möchte ich heute nochmals diskutieren und eine Klarstellung machen. Und dazu hat sich ein Mitglied aus dem Wissenschaftsgremium, Prof. Dr. Stefan Hockertz, bereit erklärt, hier mal die Fakten auf den Tisch zu legen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da ist unser geliebter Stefan Hockertz. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo. Ja, diesen Satz kennst du ja, gell? Viren gibt es nicht. Wir wissen auch, wir haben alle auch schon Viren gesehen. Ich sage immer wieder, ich habe vier Kinder, die haben Masen gehabt, die haben Herpesbläschen gehabt. Mir muss niemand erzählen, es gibt keine Viren, oder? Ich glaube, es ist ein Grundverständnis, was da gedanklich schiefgelaufen ist. Ich denke, dass mit den vielen Menschen, die sagen, es gäbe keine Viren, dass wir schon auf eine gemeinsame Ebene kommen können, wenn wir mal festhalten, dass Viren keine Lebewesen sind. Die können auch nicht, wie ein bayerischer Ministerpräsident mal gesagt haben will, denken. Können die auch nicht. Sie können nicht mal leben, weil sie sind keine Lebewesen. Lebewesen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich selbst reproduzieren können. Ein Bakterium kann sich teilen und dann wird aus einem zwei oder vier und so weiter und so weiter. Ein Virus kann das nicht. So, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, gerade auch für die Zuschauer, die sich bei dir beklagen, dass man erst mal sagt, Viren sind totes Material. Wir können die auch Staubkörner nennen, meinetwegen, Kartoffeln oder sonst was. Mir völlig wurscht, wie wir sie benennen. Bleiben wir bei den Fakten und das ist analytisch nachgewiesen. Ein solches Virus, was nicht lebt, das kann man nicht oft genug sagen. Besteht aus einer Proteinhülle, also eine Hülle aus Proteinen, unterschiedlich geformt und in dieser Proteinhülle ist genetisches Material. Und das ist unstrittig. Also wer das negiert, der mag tatsächlich mal in die Fachliteratur einsteigen und die Analytik dazu lesen und dann wird ihm feststellen, das ist nachgewiesen. So. Es ist aber totes Material. Ganz wichtiger Punkt. So wie die Butter im Kühlschrank. Die ist totes Material. Die vermehrt sich nicht von alleine. Die wird im Zweifelsfall nur weniger, wenn ich mir ein Brot schmiere. Aber sie wird nicht mehr. Und so wird auch ein Virus nicht mehr und teilt sich und vervielfältigt sich von alleine, sondern braucht immer eine Grundlage. Die Grundlage ist die lebende Zelle. Jetzt wird es spannend. Wenn also ein Virus in eine lebende Zelle hineinkommt, da haben wir sprachlich zum Beispiel einen Fehler. Es wird immer gesagt, das Virus befällt die Zelle. Das ist falsch. Das Virus kann eine Zelle gar nicht befallen. Die Zelle ist so blöd und frisst das Virus. Also ich brauche also immer einen Rezepter auf der Oberfläche. Das ist zum Beispiel im Falle SARS-CoV-2. Das ist das hervorragend untersuchte ACE2-Rezeptor. ACE2-Rezeptor ist unter anderem zum Beispiel, wenn ich den blockiere, für die Steuerung des Blutox verantwortlich. Es gibt auch ein wunderbares Arzneimittel gegen Wurmerkrankungen. Ich will das jetzt nicht nennen hier. Was genau an diesen ACE2-Rezeptor ansetzt. Also es braucht immer einen Rezepter auf der Zelle. Und dann ist die Zelle so gierig, so fresssüchtig, dass wenn etwas an diesen Rezepter andockt, zum Beispiel eine solche Struktur aus Protein- und Nukleinsäuren, dann erkennt die Zelle aber nur die äußere Proteine. Dass da Nukleinsäure drin sind, also genetisches Material, das erkennt die Zelle nicht. Und dann wird das hineingesogen, aufgenommen. Das heißt, jede Zelle wird nicht von einem Virus befallen. Das ist einfach sprachlich Mist, was wir da erzählen. Ich mache es manchmal selber, also sind wir nicht von frei, dass wir sagen, dass das Virus befällt die Zelle. Nein, die Zelle nimmt das Virus auf. Und zwar freiwillig. Weil es einen Rezeptor hat, wo dann diese Proteinstrukturen dran binden. Ansonsten geht das nicht. So kommt das Material, das genetische Material des Virus in die Zelle. Und letztendlich wird dann die Zelle missbraucht. Die wird vergewaltigt. Also der ganze Mechanismus an Ribosomen, wo also die Protein-Biosynthese stattfindet. Wo also quasi oben die RNA läuft und unten die verschiedenen Aminosäuren aneinandergesetzt werden und neue Proteine entstehen. Das ist ein Missbrauch der Zelle, eine Vergewaltigung der Zelle. Und das macht das Virus. Das reißt. Das ist richtig. Da gibt es Steuerungsmechanismen. Aber die sind alles Steuerungsmechanismen der Zelle. Ich glaube noch nicht, dass ich es ganz verstanden habe. Wir machen das Beispiel. Das tote Material ist ein Masern. Ich sage, es ist Masern. Und jetzt wird die Zelle fristet dieses tote Material, wo diese Masern enthalten sind. Und jetzt muss ja dieses tote Material, diese Zelle, ist das die Information, das RNA oder das Erbgut der toten Zelle, dass die Zelle verändert? Also es ist so, nochmal, das Virus als totes Material beinhaltet genetisches Material. Wo das herkommt, anderes Thema. Das kann ausgeschleust worden sein von Bakterien. Das kann ausgeschleust worden sein von Plasmiden. Das gibt es schon länger. Es ist eben Material, Erbgutmaterial, was auch ganz wichtig ist für unser eigenes Leben, für unsere Entstehung. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass über 30 Prozent unseres Erbmaterials viralen Ursprungs ist. Der Mensch sozusagen ist eher zu 30 Prozent Virusmaterial, was irgendwann mal eingebaut wurde und was dann im Rahmen der Mikroevolution, wir können auch über Schöpfung reden, aber jetzt bleiben wir mal bei der Evolution, sich als gut herausgestellt hat. Ja, dass man gewisse Substanzen verstoffwechseln kann. Ja, dass man damit sein Nahrungsangebot erweitern kann. Das sind meistens virale Informationen. Nochmal ganz wichtig, das Virus überlegt nicht, das will auch nichts, sondern in letzter Konsequenz ist es nur so, dass dieses genetische Material sich in das genetische Material des Menschen, also der Wirtszelle oder auch des Tieres, einbaut. Und dort wird das abgelesen. Das ist eine, jetzt kann man natürlich diskutieren, warum ist das so? Das ist sicherlich Schöpfung. Also der Herrgott hat sich was dabei überlegt, ganz sicher, dass er sagt, wir brauchen einen Austausch von genetischem Material zwischen den Zellen und auch zwischen Zellen verschiedener Spezies. Und dafür könnten Viren oder sind Viren auch verantwortlich. Dass sich eine Information, die zum Beispiel ein Bakterium hat, gewisse metabolische Leistungen zu vollbringen, dass sich das auch in den Menschen irgendwann mal übergeben kann, dass auch der Mensch in der Lage ist, Zellulose zu spalten oder was auch immer. Da könnten Viren Transportmechanismen sein. Nochmal, wie wir die nennen, ist mir völlig egal. Wo ich mit übereinstimme und das hat übrigens Robert Kennedy in seinem Buch, was wir übersetzt haben, sehr, sehr gut beschrieben, dass Viren zu häufig Aufgaben und Verantwortung zugeordnet werden, die sie nicht haben. Also klassischer Punkt. Patient geht zum Arzt, hat unklares Fieber. Der Arzt kann nicht wirklich was feststellen. Was sagt er? Wir haben eine Virusinfektion. So, das heißt, hier wird eine Verantwortung weggeschoben durch eigenes Unwissen oder durch keine Möglichkeit, das wirklich vernünftig zu diagnostizieren. Das wird eine virale Infektion sein. So können wir heute, und da bin ich einer Meinung mit Carey Mullis, den ich sehr geschätzt habe. Carey Mullis hat sehr früh gesagt und hat sich ja so da auch Ärger eingeholt mit seinem Ausspruch, dass er zum Beispiel gesagt hat, die Erkrankung AIDS, also die erworbene Immunschwäche, hat mit HIV, also mit dem Human Immunodeficiency Virus nichts zu tun. Hier wurde quasi ein Virus hinzugezogen zu einer nicht erklärbaren Erkrankung zunächst einmal. Oder, wie das sagt Carey Mullis, oder wie Robert Kennedy es schreibt, ganz bewusst wurde das so gemacht. Das war jener Herr Fauci, dem er ja ein ganzes Buch gewidmet hat. Der ist auf folgende Idee gekommen. Wenn man sich mal die Entstehungsgeschichte von AIDS anschaut, also von der erworbenen Immunschwäche, dann stellen wir fest, dass es gewisse Poppers gab, das sind Substanzen, das sind so Partydrogen. Diese Partydrogen haben tatsächlich eine Immunschwäche ausgelöst bei den Menschen. Das waren zufällig eben, weil diese Partydrogen da so eingenommen wurden, auch ganz viele homosexuelle Menschen, aber nicht nur. Der Hersteller dieser Partydrogen, dieser Poppers, wäre jetzt dafür verantwortlich gewesen und er hätte Entschädigungen zahlen müssen. Dann kam man gemeinsam mit Fauci, das alles nachzulesen, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern das alles nachzulesen bei Robert Kennedy. Dann kam man auf die Idee, oder Fauci kam auf die Idee, daraus können wir doch Geld machen. Richtig. Er ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, dieses AIDS wird verursacht durch ein Virus. Und genau die gleiche Firma, und das ist jetzt das Entscheidende, genau die gleiche Firma, die die Poppers hergestellt haben, die eigentlich jetzt sozusagen schadenersatzpflichtig gewesen wären für die Menschen, die diese Immunschwäche hatten, hatten zufälligerweise ganz, ganz schnell eine Substanz am Markt, mit der man AIDS behandeln konnte. Und zwar diese virale Infektion. Das heißt, man hat aus einem Schadenersatzfall eine Gewinnsituation gemacht. Das ist schon hart. Das beschreibt er eben in seinem Buch sehr deutlich. Der Robert Kennedy hat das geschrieben. Das hat Robert Kennedy geschrieben in dem Buch Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Tatsache. Weil das ist ja Präsidentschaftskandidat, gell? Er tritt an. Ich habe die Sorge, dass er keine großen Chancen hat. Wobei mit seinem Namen, der wiegt noch sehr. Also wenn der Biden noch antreten würde, hat das sicher schwierig, oder? Logisch wird er nicht aufgestellt. Aber wenn der Biden nicht antreten würde, wer soll dann sonst in dieser Partei das Ruder umreißen? Also ich habe Hoffnungen auf diesen Robert Kennedy, die muss ich schon sagen. Also er hat ein exzellentes Buch geschrieben. Wie gesagt, wir hatten es übersetzt. Und wenn man ein Buch übersetzt, dann inhaliert man das ja. Dann geht man Satz für Satz da durch und liest es nicht einfach runter. Und es hat mich damals schon sehr begeistert, zurückzukommen auf die Viren. Eben. Und da ist mir selber auch mal klar geworden, wie leichtfertig wir Infektionen, die auftreten oder Krankheitsbilder, die auftreten, müssen gar keine Infektionen sein, Krankheitsbilder, die auftreten, wie leichtfertig die von uns in so eine virale Ecke gestellt werden. Und dann haben die Menschen recht. Die sagen, Moment, das ist alles viel zu leichtfertig. Der Schritt zu sagen, es gäbe gar keine Viren, der ist mir dann zu weit. Aber zu sagen, Viren sind totes Material und sie sind viel weniger für Krankheitsbilder verantwortlich, als wir glauben, da bin ich sofort dabei. Weil es ist hübsch einfach. Ich meine, warum hat diese Pandemie einen viralen Ursprung? Ein Virus hat keine Adresse. Ein Virus kann ich nicht sehen, jedenfalls nicht im Lichtmikroskop. Im Elektronenmikroskop übrigens kann ich ihn sehen. Jeder von uns wird sich erinnern, in der Schule hat das mal gelernt. Der Farge T4. Kannst du dich erinnern? Man hat da nicht aufgepasst. Nein, überhaupt nicht. Das ist furchtbar mit mir. Aber erzähl es nur. Die Zuschauer sind intelligenter als ich. Der Farge T4 sieht aus wie eine Mondlandefähre. Also hat oben so einen Kopf, der ist so tetraederförmig. Und dann unten tatsächlich solche Beine. Sechs meistens. Sieht wirklich aus wie diese Mondlandefähre, die damals auf dem Mond gelandet sein soll. Also ich halte mich da jetzt mal ganz zurück, ob das wirklich geschehen ist oder nicht. Mach mal eine Klammer. Hast du gehört, dass alle drei Kilometer Filmmaterial komischerweise verschwunden ist in dieser Mondlandefähre? Seltsam. Versehentlich. Kann passieren. Geht bei dir vielleicht auch mal was verloren. Also das ist ja wirklich da gar nichts zu sagen. Also es sieht aus wie die Mondlandefähre, die man uns gezeigt hat. Ja, man bei Cap Caranova da unterwegs ist. In dem Museum, da steht auch so ein Ding. Und genau so sehen die aus. Da gibt es wunderschöne Aufnahmen dazu. Jetzt kann man auch sagen, die sind gefakt, aber dann geht es wirklich zu weit. Also das sind immer wieder gezeigt worden, elektronenmikroskopische Aufnahmen. Was sind diese Farge? Was ist der Farge T4? Das ist ein Virus, also eine Proteinhülle mit einer genetischen Information da drin. Das kann man sehr genau sehen. Und der befällt Bakterien. Also gar keine, nicht uns, keine Eukaryonten, sondern prokaryontische Zellen. Diese Fargen werden unter anderem zum Beispiel gezüchtet und eingesetzt, um bakterielle Infektionen zu bekämpfen. Ganz, ganz spannende Angelegenheit. Eine georgische Arbeitsgruppe, die da sehr an dem Thema dransitzt. Auch schwierig zu steuern, weil ich da ja wieder sozusagen ein System habe, was ein anderes System biologisch bekämpft. Aber ist ganz spannend. Also allein dieser Nachweis, dass ich das im Elektronenmikroskop zeigen kann, ist schon mal deutlich. Es ist eine Struktur, eine geordnete Struktur, so wie wir viele geordnete Strukturen in der Natur kennen, die nicht lebt, aber die in der Lage ist, von einer Zelle gefressen zu werden. Richtig, vergessen wir mal, dass das Virus die Zelle befällt, sondern lernen wir mal, dass die Zelle das Virus frisst. Und wenn es das tut, dann ist das eine Art Genfähre, also dann wird also das Gen transportiert. Im Übrigen ganz genauso wie diese Gentherapie. Da hat man jetzt eine Lipidhülle genommen, viel gefährlicher im Übrigen als die Proteinhüllen, weil die Lipide einfach mit der Oberfläche der Zelle direkt verschmelzen und so die mRNA in die Zelle hineinbekommen. Der gleiche Weg. Nur hier kann die Zelle nicht mal entscheiden, ob sie das aufnimmt, sondern diese Lipide verschmelzen einfach mit der Zellmembran. Das ist so. Beim einfachen Kontakt passiert das. Das sehen wir ja zumeist bei den Endothelzellen, weil das sind ja die Zielzellen für diese Gentherapie. Beim Virus ist das immer noch eine Entscheidung, weil es da einen Rezeptor bedarf. Also etwas, was die Zelle auf ihrer Oberfläche hat und dadurch sozusagen dieses Virus frisst. Das ist im Übrigen der Grund, weshalb es Atemwegsviren gibt, die wir eben nicht in der Leber finden, die wir eben nicht auf der Haut finden oder in Hautzellen, sondern zum Beispiel ausschließlich in Atemwegszellen. Warum? Weil es da quasi diesen einen Rezeptor gibt, der auf anderen Zellen nicht ist. Das heißt, nicht das Virus sucht sich die Zelle, sondern die Zelle nimmt das Virus auf. Und was passiert jetzt, wenn die Zelle das Virus aufnimmt? Das genetische Material wird in der Zelle freigesetzt und das genetische Material wird einfach unkritisch mit abgelesen. Die Zelle ist dumm. Die guckt nicht nach, was ist das jetzt? Oh, nie, das ist von außen reingekommen, das können wir nicht benutzen. Nein, nein, das wird einfach als genetisches Material, das kommt an die Ribosomen, das wird einfach produziert. So, da werden Proteine produziert, da wird neues genetisches Material produziert, da werden die entsprechenden Enzyme der Zelle vorliegen. Das hat das Virus alles nicht. Ja, eine DNA-abhängige, DNA-Polymerase, also das DNA wieder zu DNA wird oder auch RNA zu RNA wird, das hat alles dieses Virus nicht. Es hat nur die Zelle, in die es da reingeht. Benutzt also den ganzen Mechanismus. Und es kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt, das kann relativ schnell gehen, dass so viele neue Partikel, nennen wir sie mal Partikel, nennen wir sie mal Viren, weil das ja so ein Problem vielleicht darstellt, dass so viele neue Partikel entstanden sind, dass die Zelle platzt. Und diese Partikel werden wieder freigesetzt. Das nennen wir lytischer Zyklus. Und diese neuen Partikel können die nächsten oder werden von den nächsten umliegenden Zellen wieder gefressen. Und da geschieht das auch wieder. So, was ist denn das, was wir jetzt bei so einer Atemwegsinfektion sehen? Wir haben Husten, wir haben eine Laufennase. Warum haben wir das eigentlich? Ja, damit wir das Zeug wieder loswerden, oder? Hm, nicht nur. Zunächst einmal sind das Schleimhautzellen, die zerstört worden sind. Hm. Wenn Schleimhautzellen zerstört werden, entsteht was? Richtig, Schleim. Den muss ich abhusten, den muss ich in irgendeiner Form rausbekommen. Oder er läuft mir aus der Nase und ich muss ihn wegschnauben. Das sind im Prinzip, ist das erst einmal zerstörte Zelle. Das war eine ganze Menge davon. Und dann versucht der Körper zu reparieren, indem er zwei Wege einstellt. Auf der einen Seite das Immunsystem erkennt virusinfizierte Zellen und versucht, die gleich aus dem Verkehr zu ziehen. Und sagt, nee, nee, hier ist jetzt mal Schluss mit lustig. Ihr werdet aus dem Verkehr gezogen. Und das Gewebe wird wieder erneuert. Also gerade bei den Schleimhäuten ist das relativ einfach. Das kann erneuern. Und so können wir nach drei, vier, fünf Tagen oder vielleicht nach einer Woche, sind wir mit so einer Atemwegsinfektion durch. Aber der Schaden, der pathologische Schaden, der auftritt, nur dadurch, dass wir tatsächlich diese Virusvermehrung haben. Und nochmal, das Virus kann sich selbst nicht vermehren, sondern es benutzt die Zelle, damit sozusagen mehr von diesen Partikeln entstehen. Deshalb war es ja so unsinnig, ich muss das immer wieder sagen, von symptomlos Erkrankten zu sprechen. Das ist ein innerer Widerspruch. Wenn jemand erkrankt ist und ansteckend ist, dann muss er Virusmaterial produzieren. Wenn er Virusmaterial produziert bei einer Atemwegsinfektion, dann hat er Symptome. Laufende Nase, Halsschmerzen, beziehungsweise Auswurf, Husten, was auch immer. Weil Zellen zerstört werden. Denn nur so können die Partikel wiederhergestellt werden. Also zurück zu deiner Eingangsfrage. Wenn wir uns darauf einigen, dass Viren keine lebenden Bestandteile sind, also nicht zum Leben gehören, sondern totes Material ist. Ich glaube, da können wir so manchem Zuschauer jetzt einige Schwierigkeiten oder für die Zuschauer einige Schwierigkeiten lösen. Wenn man das mal verinnerlicht, dass die immer den Mechanismus der Zelle benötigen und dass die nicht denken können und dass die keine eigene Evolution in dem Sinne haben, sondern immer von der Zelle gefressen werden müssen und nicht etwas befallen. Wenn man es das mal vor Augen hat. Das habe ich jetzt auch verstanden, aber eine Frage habe ich noch. Das Milieu ist ja immer entscheidend eines Körpers. Aber wenn ich ja jetzt totes Material aufnehme im Körper und meine Zelle frisst das, warum reagiert dann die einen viel, viel schneller mit der Vermehrung als andere? Das hängt mit der Eigenart zusammen, dass wenn eine Zelle etwas aufnimmt, dass sie einen Teil dessen, was sie gerade gefressen hat, auf der Oberfläche wieder zeigt. Das nennt man Antigenpräsentation oder überhaupt Präsentation. Das ist ganz lustig. Sie wollen einfach zeigen, ich habe hier was ganz Tolles aufgenommen. Schaut doch mal her. Das nutzt das Immunsystem. Das Immunsystem kann also von außen, ein Makrophage zum Beispiel, kann von außen erkennen, diese Zelle ist von einem Virus befallen. Die fress ich. Die fress ich. Die mache ich kalt, bevor diese Partikel sich überhaupt vermehren können. Weg damit. Das ist so die Polizei, die das sehr früh erkennt und sofort auch zuschlägt. Wenn jetzt die Viruspartikel so viele sind, dass das Immunsystem nicht mehr nachkommen kann oder das Immunsystem anderweitig beschäftigt ist, das sehen wir ja immer wieder, sei es durch psychischen Druck, sei es durch Nervalendruck, dann kann das Immunsystem auch nicht mehr laufen. Thema PNI. Durch solche Schädigungen kann es dann kommen, dass eine solche Virusinfektion tatsächlich richtig zum Laufen kommt. Wir kommen ja ständig, müssen wir es mal klar machen, also deshalb war diese Geschichte mit No-Covid so dumm, wie man es nur sagen konnte, war ja auch wieder so eine politische Forderung damals. Politiker sollte man da nicht in die Wissenschaft, in wissenschaftliche Themen reinlassen, das macht keinen Sinn. Wir kommen mit jedem Atemzug, wo wir jetzt hier sitzen, kommen wir mit Virusmaterial in Berührung. Ständig. Trotzdem sind wir nicht ständig krank, weil unser Immunsystem intensiv auf uns aufpasst, virusinfizierte Zellen sofort erkennt und abtötet. Es ist ein, um alle diese negativen Kommentare, die immer wieder kommen zu unseren Sendungen, die mit Viren zu tun haben, letztendlich aufzuwiegen und zu erklären, dass es eben doch so ist. Und Sie als aufgeklärte Zuschauerinnen und Zuschauer wissen ja ganz selber, wir hatten alle schon mal irgendwo Masern erlebt und gesehen, dass wir Masern haben. Unsere Kinder hatten Masern, wir hatten Herpesbläschen. Wir hatten noch ganz viele virale Infektionen schon alle erlebt und einfach so abzustempeln, dass das alles nicht gibt. Und dass anscheinend auch ein Gericht schon entschieden hat, dass das alles Unsinnig ist und das nicht gibt, ist alles ein Irrtum. Auch dieser Gerichtsentscheid da, wo immer wieder zitiert wird, dass es Masern nicht geben sollte, ist so nie gesagt worden. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Und wir hatten noch einen Gericht, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen.